Willkommen zum Turnier. Eine kurze Regeldurchgabe. Wer diese Linien verlässt, ist automatisch disqualifiziert. Ebenso gilt es als Disqualifikation, wenn man seinen Pferd fallen lässt und es nur noch aufrechtlich gegen Ende hinsteht. Nun dann sind die Ritter bereit, so heben sie die Lanze. 1, 2, 3, los! 2, 3, los! 2, 4, los! Das war's. Also du legst immer die besten Crashs hin. Ja, die ist am leichtesten, aber guck mal das Rad. Boah, Alter. Das war's mit dem Landbestätten heute. Ach was, das biegen wir wieder gerade. Oh, nein, sauber, so noch mich an. Kein Gewinner, kein Verlierer. Dein erzlichen Applaus. Ah, komm, du kriegst auch noch einen. Nun an, es geht weiter zum nächsten Waffengang. Sind die Ritter bereit, so heben sie die Lanze. Boah. Alter, so fast, dass er so hochkommt. Sehr schön, Max, sehr schön. Wir filmen, brauchst keinen Posen machen. Heute zu Frössheim. Werde Zeitungen des großen Verlierts. Auf der rechten, Erik von Erik. Auf der linken, Erik von auch Erik. Werden heute Kunde eines tollen Spektakels, ist das, wenn das Dreisbach ging. Ja. Ja. Drei, zwei, eins, los. Auf, auf, und auf, an. Ja, schau. Oh, mein Arben. Oh, mein Arben. Oh, mein Arben. Oh. Oh. Ich habe keinen Tipp, ich kann nicht nur auf. Ah, jetzt los. Arama! Ich habe keine Kälte mehr, ich habe keine Kälte mehr, ich habe keine Kälte mehr, ich habe keine Kälte mehr. Ich habe keine Kälte mehr, ich habe keine Sprung. Wir hatten einen Sieger. Wow. Oh, my goodness. I need some salt. Nein, nicht Hu, sondern Hallo. Spring! Max, komm her, sitz!